Hallo zusammen, hier ist der Calvin und in diesem Video geht es um ein Plug-in. Allerdings nicht für Photoshop, wobei dieses Plug-in gibt es auch für Photoshop, aber eigentlich geht es jetzt um die Videobearbeitung. Ich muss direkt dazu sagen, ich bin kein Experte in der Videobearbeitung. Ich würde mich als fortgeschrittenen Anfänger bezeichnen. Es ist aber so, dass ich sehr häufig im Alltags Videos bearbeite, sowohl für YouTube als auch für meine eigenen DVD-Produktionen. Und was da eben wichtig ist, dass ich verdammt schnell bin. Und daher arbeite ich mit einem Plug-in. Und dieses Plug-in ist von Red Giant und nennt sich Magic Bullet Looks. Und der ein oder andere, der von der Videobearbeitung kommt und sich da besser auskennt, der wird dieses Plug-in mit Sicherheit schon kennen. Es ist nämlich eines der beliebtesten Plug-ins überhaupt. Und ja, was macht dieses Plug-in überhaupt? Mit diesem Plug-in kann man mit einem Knopfdruck Film-Looks erstellen. Also wie in Kinofilmen, wie in Spielfilmen. Und es sind jede Menge Presets vorhanden. Man kommt ganz schnell zu einem Ergebnis. Und in der aktuellsten Version, also ich nutze Magic Bullet Looks schon etwas länger, in der aktuellsten Version ist das Ganze auch noch rasend schnell geworden. Man hat auch noch die Möglichkeit, die Deckkraft anzupassen und so weiter. Aber das zeige ich gleich in einem Video. Jetzt blende ich euch nochmal ganz kurz die Website ein. Da seht ihr auch nochmal den Preis eingeblendet. Und die Website ist auch nochmal in der Videobeschreibung verlinkt. Ich würde empfehlen, ihr ladet euch einfach mal die Demo-Version herunter und experimentiert mal ein klein wenig. Wie bereits erwähnt, dieses Video hier soll wirklich erstmal die tiefsten Basics darstellen. Ich möchte einfach euch zeigen, wie ich Magic Bullet Looks einsetze, um dem ein oder anderen Anfänger vielleicht hier ein Plug-in aufzuzeigen, das wirklich Sinn macht. Wenn ein paar Profis zuschauen, die sagen, Mensch, da kann man noch viel mehr cooles Zeug mit Magic Bullet Looks machen, dann schreibt es bitte in die Kommentare. Wie gesagt, jeder Tipp ist hier hilfreich für jeden. Wir können alle voneinander lernen. Und deswegen bin ich gespannt auf eure weiteren Tipps. Schreibt doch gerne in die Anmerkung, ob ihr Magic Bullet Looks nutzt, wie ihr es findet. Ich zeige euch jetzt, wie ich es nutze und dazu switchen wir jetzt mal direkt zur Premiere. So, dann sind wir jetzt auf meiner Oberfläche in Premiere. Und hier habe ich bereits eine Sequenz angelegt und habe auch schon einen Film importiert. Das ist ein Film, den wir vor einiger Zeit erstellt haben. Das ist ein Einblick eines Fotoshootings mit Andreas Trinbacher. Das ist ein Personal Trainer und ihr seht schon, bei diesem Shooting sind wir in Richtung Sparta gegangen, in den Film 300. Und jetzt möchte ich diesem Bild einen Look verpassen. Und solche Bilder bieten sich ja besonders an. Und dazu gehe ich jetzt mal in meine Effekte und werde mal nach Looks suchen. Und dann kommt hier auch schon Magic Bullet Looks. Und diesen Look ziehen wir uns jetzt einfach auf diesen Film drauf. Und dann seht ihr ihn bei den Effekteinstellungen. Und hier könnt ihr dann einfach auf Edit klicken. Ihr wollt also diesen Look jetzt quasi bearbeiten. So, und in der Oberfläche, das seht ihr schon, habt ihr das Vorschaubild. Jetzt vom Zurechtfinden her habe ich mir das am Anfang ganz einfach gemerkt. Rechts und links. Ja, das waren für mich die wichtigsten Bereiche. Wenn ich nach rechts gegangen bin, dann blenden sich die ganzen Werkzeuge ein, mit denen ihr Looks erstellen könnt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer noch in der Lernphase, denn es gibt so viel zu finden. Das muss man erstmal alles durchklicken, denn es ist nicht immer gleich wie in Photoshop. Ja, also wenn ihr euch da eine Kurve erstellt, die kann auch mal ein bisschen anders aussehen, gerade bei Farbton-Sättigung. Von dem her, da braucht man ein bisschen Zeit, sich da durchzuarbeiten. Und man hat jede Menge Möglichkeiten. Man kann ganz schnell eine Vignette erstellen. Das ist ja eine Sache, was in Premiere gar nicht mal so einfach ist. Ja, also hier kann ich wunderbar die Vignette verschieben. Und in Premiere würde das niemals so schnell gehen. Also es gibt hier rechts an der Seite diese ganzen einzelnen Werkzeuge in verschiedenen Sektionen. Da könnt ihr auch mal nach unten scrollen, was wirklich für einen Anfänger noch ein bisschen schwieriger ist. Wenn man aber auf die linke Seite geht, dann seht ihr die ganzen Presets. Und das macht auch richtig Spaß, da mal durchzugehen. Also da gibt es so Cinematic Presets, Blockbuster, Bronze und so weiter. Und da klicke ich mich meistens durch. Das heißt, ich finde dann, je nachdem, was für einen Film ich habe, hier mein passendes Preset. Das Tolle ist wirklich, wenn ihr jetzt so ein Preset aktiviert. Ich nehme jetzt mal, ich gehe jetzt mal in Cinematic und nehme mal Epic. Epic klingt gut. So, wenn ihr jetzt dieses Preset aktiviert habt, dann seht ihr jetzt die Bestandteile von diesem Preset. Also ihr seht einmal hier Saturation, dann haben wir hier Kontrast und so weiter. Und diese einzelnen Faktoren könnt ihr euch jetzt ausblenden, indem ihr einfach dieses Symbol hier oben klickt. Und so mache ich das genauso. Ich schaue also, aus was besteht dieser Look und stelle dann zum Beispiel fest, oh, der Bereich hier, da gefällt es mir vorher fast besser. Und dann könnte ich diesen 3-Strip-Prozess, den könnte ich jetzt löschen, indem ich einfach die Rückschritt-Taste drücke. Das mache ich jetzt mal nicht, denn vielleicht will ich ihn nur ein bisschen abmildern. Ich will ihn vielleicht gar nicht ganz löschen, sondern nur so ein klein wenig. Und so geht man jetzt durch die Bereiche durch. Und ich mache es dann auch so, wenn ich jetzt sehe, alles klar, der Look sieht schon mal ganz gut aus, aber ich brauche noch ein bisschen mehr Wärme. Und dann nehme ich dieses Preset und ändere es noch ab, indem ich noch weitere Korrekturen hinzufüge. Ich nehme jetzt zum Beispiel mal Warm Cool, ziehe es mir nach unten und kann jetzt zum Beispiel diesem ganzen Bild noch ein bisschen mehr Wärme geben. Das muss nicht mal viel sein, nur so ein klein wenig. Und da seht ihr schon, vorher, nachher, vorher, nachher. Also es ist ein bisschen goldener geworden. Und so erarbeite ich meine Looks. Wie gesagt, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich habe hier schon alle Parameter durch, die man hier machen kann. Man kann natürlich auch viel in Premiere machen. Viele Profis sagen sich, ach, ich brauche da keine Plugins, ich mache das alles so in Premiere. Ich bin mir sicher, das geht auch, zumindest mal bei den meisten Sachen. Aber gerade sowas wie die Vignette und andere Dinge, das geht so rasend schnell. Und so kann man sich dann wirklich hier einen super interessanten Look bauen. Was auch sehr toll ist, was ich sehr schätze, wenn ich jetzt das Ganze bestätige, habe ich jetzt den Look. Und jetzt gibt es noch zwei Dinge, die ich richtig cool finde. Zum einen kann ich die Deckkraft reduzieren. Das kann ich hier machen mit diesem Regler hier unten oder indem ich einfach auf das Wort klicke. Dann seht ihr, ich kann jetzt den Look in der Deckkraft reduzieren. Ich spiele mal ein bisschen weiter, schaue mir diese Filmsequenz noch an. Und dann sage ich mir später vielleicht, oh, der Look gefällt mir doch nicht. Der muss noch ein bisschen abgeändert werden. Der muss dann doch ein bisschen mehr Kontrast rein. Jetzt tue ich erstmal noch hier die Deckkraft ein bisschen ändern. Und jetzt gehe ich wieder in den Look hinein, indem ich einfach wieder auf Edit klicke. Das Ganze ist nämlich nicht destruktiv und kann jetzt zum Beispiel in den Kontrast gehen und sage, ich hätte ja gerne hier ein bisschen mehr Kontrast, beziehungsweise den Bereich hier, da gehen wir doch noch ein bisschen runter, beziehungsweise wir löschen den mal raus. Der hier gefällt mir nicht. Aber mehr Kontrast soll es sein und noch ein bisschen mehr Wärme. Ja, so zum Beispiel. Komm, wir übertreiben mal noch ein bisschen mit dem Kontrast hier. Richtig extrem. Und dann bestätigen wir das Ganze wieder. Und jetzt schauen wir uns mal den Look an. Vorher, nachher. Indem wir hier auf FX klicken. So sah das vorher aus. Relativ flach das Ganze. Und so nachher. Vorher, nachher. Ich wiederhole nochmal. Sowas ist auch mit Sicherheit möglich, über mehrere Schritte das Ganze mit Premiere zu machen. Die Profis können das problemlos. Ich bin kein Profi in Premiere. Und er freue mich natürlich darüber, dass ich unheimlich viel Zeit sparen kann. Und da ich das Ganze kommerziell betreibe, ist es für mich extrem wichtig, Zeit zu sparen. Und aus diesem Grund schätze ich Magic Bullet Looks, weil ich bin ein Fan von Farben, von Bild Looks, indem ich mit wenigen Klicks und Knopfdrücken zu meinem finalen Look komme. Wenn ihr weitere Tutorials wollt, dann werde ich mir die Mühe machen und das ein oder andere noch drehen. Ich hoffe, der Einblick hat euch gefallen, dass ihr zumindest mal einen groben Überblick habt, was ist Magic Bullet Looks überhaupt und wie wir das gehandhabt. Probiert es einfach mal aus, am besten mal die Testversion und klickt euch mal ein klein wenig durch. Findet euren Look. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß dabei und ich hoffe, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. In diesem Sinne, bis dann. Bis dann.